Wie leite ich eine Freundschaft Plus ein und bleibe da auch drin? Puh. Also das große Problem, was ich ganz oft gespiegelt bekomme hier von ganz vielen Leuten, die uns schreiben, ist, dass einer der beiden sich immer verliebt nach einer Zeit. Also einer sagt so, ja es ist total cool, wir haben total coole Dates und es ist alles perfekt, wir leben eine coole Freundschaft und haben Sex, aber sind nicht in einer Beziehung. Also können beide machen, was sie wollen, on top. Und der andere sagt, ja, das ist das, was er oder sie mir gerade geben kann, aber eigentlich würde ich mir mehr wünschen. Aber es ist besser als gar nichts, darum nehme ich die Freundschaft Plus. Was du jetzt gerade sagst, hört sich so an, als würdest du glauben, es gibt keine Freundschaft Plus. Ich glaube, Freundschaft Plus ist oft sehr, sehr schwierig. Also gerade, wenn sie über einen längeren Zeitraum stattfindet, ist es ganz häufig so, dass sich einer von beiden ein bisschen mehr verspricht davon. Und denkst du, kann man so aus einer Affäre dann oder aus einer Freundschaft Plus noch eine Freundschaft machen? Äh, eine Beziehung. Oder in einer Freundschaft bleiben. Also das einzige Mal, wo ich eine Freundschaft Plus so ein bisschen leben konnte, war mit einer Freundin, mit der ich eineinhalb Jahre in einer Beziehung war. Okay. Und wir haben uns dann getrennt und haben uns nach drei Monaten wieder getroffen. Wie schön. Gleich abgebimst bei dem Wiedertreffen? Ja, das war also ziemlich schnell. Wie viele Minuten, nachdem ihr euch gesehen hattet? Nee, wir haben den Abend verbracht mit anderen, mit Freunden. Aber war das schon Tension an dem Abend? Ja, so ein bisschen, aber nicht wirklich. Nicht Tension im Sinne von, hey, sondern es war einfach, also der Vorteil ist, wir kannten uns ja, wir wussten, wie wir beide körperlich funktionieren. Genau, weil ihr schon ja miteinander geschlafen habt. Genau. Und sie hatte dann am Ende des Abends gesagt, ach man, ich komme danach einfach mit zu dir. Wir kennen uns ja eh schon und das ist alles anders mir geradezu anstrengend. Und ich so, ja, perfekt. Go for it. Und das war so. Ganz ehrlich, wer sagt da nein? Ja, wer sagt da nein? Genau. Naja, gut, das ist eine Ex-Freunde. Man könnte schon sagen, okay, naja, nicht, dass da wieder was entsteht, weil nach deiner Beschreibung gerade, ich hatte mich von ihr getrennt. Achso, okay, aber gut, es kann ja auch sein, dass du wirklich auch auf den Sex keinen Bock mehr hattest. Nee, der Sex war okay. War okay? Ja, der Sex war gut. Bisschen so, als ob irgendwie man Hunger hat und es nichts mehr im Kühlschrank, dann findet man da hinten links noch was in der Ecke. Aber da ist noch so ein alter Nudelsalat. Riecht so dran. Ja, der ist noch okay. Nee, also ich würde eher, es ist eher so eine Pizza, die man gekauft hat beim Italiener, eine richtig gute, die man eingefroren hat und dann nochmal im Ofen aufgewärmt hat. Die schmeckt auch richtig gut. Ja, probier es mal aus. Es ist halt nicht wie die Frische, aber es schmeckt mindestens gut. Ich habe ein Gefrierfach bei mir im Kühlschrank, das ist so ein Retro-Kühlschrank. Da kriegst du wirklich zwei Briefmarken. Ich habe nichts eingefroren. Aber der Sex, den wir dann mehrfach hatten, also es war jetzt, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal passiert und es war jedes Mal so geil unkompliziert. Es war wirklich so, hey, hast du heute jemanden gefunden? Wirklich? Heute jemanden gefunden? Nein, ich war noch nicht auf Tour. Ich bin noch nicht meine übliche Route gegangen. Nee, ach du heute? Ach, wie praktisch wollen wir dann nachher, wenn... Hat sie gefragt? Ja, es gab wirklich so eine Situation, wo es am Ende so war. Ja gut, wenn es hier heute nichts mehr wird, dann würde ich danach mit zu dir kommen oder wenn wir bei ihr in der Nähe waren, würde sie mit zu dir kommen. Ich so, ja klar, easy. Was aber auch dazu geführt hat, dass ich mir natürlich faul wie ich bin, mich in meine Lazy-Position zurückbegeben habe und dachte, perfekt, ich muss halt mich nicht mehr bewegen und das, was ich da bekomme, das reicht aus. Und das war wirklich eine Freundschaft plus, weil alles war klar, es war von beiden Seiten hundertprozentig sicher, keiner will mehr was von dem anderen. Es ging sogar so weit, dass wir überlegt haben, eine WG zu gründen und auch das mit reinspielen lassen haben, dass wir gesagt haben, hey, das wird doch wunderbar funktionieren. Wenn wir beide einen Need haben, den wir erfüllen müssen, dann können wir uns ja dann im Schlafzimmer treffen. Und es wäre auch fast dazu gekommen, dann ist sie leider in der Beziehung gekommen, sie hat jemanden kennengelernt, in dem sie sich krass verschossen hat. Warum andere Typen einen immer einen Schritt durch die Freundschaft plus machen müssen. Also bei mir ist es ja leider so, dass ich Affären meistens auch wie Freundschaften führe, aber da gibt es trotzdem noch für mich einen Unterschied. Also eine Freundschaft ist für mich einfach noch intensiver und was ich bei der Affäre natürlich immer auslasse, selbst wenn offen kommuniziert ist, man sieht noch andere, wen ich so treffe und wie das so ist. Und das kannst du bei einer Freundschaft plus schon mal eher machen, bei einer richtigen Freundschaft plus. Weil am Ende würde man es ja seinen Freunden in jedem Fall erzählen und daran erkennt man auch ganz gut, ist es wirklich eine Freundschaft plus oder will der oder diejenige doch vielleicht mehr. Und ich führe die meisten Affären ja schon eher in eine freundschaftliche Richtung. Du führst einfach eigentlich Freundschaft plus Affären. Ja, für mich ist aber auch eine Freundschaft plus ganz oft, dass man vorher befreundet war und dann einfach noch den Sexpart dazu nimmt. Ja, stimmt. Ah komm, das inkludieren wir jetzt auch noch in unsere Freundschaft. Wir verstehen uns ja eh so gut. Warum eigentlich nicht? Und die Frage ist ja jetzt tatsächlich, wie leite ich das ein? Ja. Ich glaube, man muss als erstes auf die Voraussetzungen gucken. Also wenn du jemanden neu kennenlernst, ist es wirklich easy in eine Freundschaft plus überzugehen. Meistens wird daraus eine Affäre oder ein One-Night-Stand oder eine Beziehung. Das heißt, man müsste eigentlich erst eine Freundschaft sich entwickeln lassen? Ganz oft entsteht eher eine Freundschaft. Ich glaube, viele verwenden den Begriff Freundschaft plus als ein anderes Wort für Affäre. Ja, das glaube ich auch. Genau. Und für mich ist eine Freundschaft plus eher, dass man wirklich befreundet ist, also alles teilt miteinander oder vieles miteinander teilt, eine emotionale Beziehung auf der freundschaftlichen Ebene hat und dann noch Sex dazu kommt, der dann aber wiederum nicht zu mehr Emotionalität führt. Und das ist der schwierige Part. Darum, glaube ich, gibt es auch immer dieses Hey, das könnte wechseln. Und am Anfang ist auf jeden Fall ein offenes Gespräch notwendig. Ja. Und ich glaube, es könnte auch zu einem Gefälle führen. Also ich habe das Gefühl, dass bei vielen das dann so ist, dass der eine diesem Deal eingeht, obwohl er eigentlich ein bisschen mehr will. Genau. Und der andere will eigentlich nur noch Sex adden in die Freundschaft. Und ich vermute, dass es wahrscheinlich immer ein kleines Missgefälle gibt von, ja okay, sie will scheinbar oder er will scheinbar keine wirkliche Beziehung mit mir. Ich verstehe mich zwar sehr gut mit ihm, aber wenn ich das jetzt so kriege, dann nehme ich wenigstens das mit. Ich nehme das, was es gibt. Genau. Und darum muss man ganz klar kommunizieren, hey, ich möchte eine Freundschaft und Sex und ich bin nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung oder nach tiefen Gefühlen. Und der andere, und dann ist das die Eigenverantwortung, darf dann auch nicht erwarten, ey, daraus wird eh irgendwann eine Beziehung. Aber man muss auch damit rechnen, dass es auf einmal zu einem unangenehmen Thema werden könnte. Ja, und ich glaube, dass einzuordnen, dass es sexuell ist und nicht emotional, puh, ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist. Vor allem so richtig Bock auf Sex ohne Emotionen. Als richtiger Seelenfick hast du das natürlich nicht. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich meine, sonst kann man sich auch einfach seinen gleichgeschlechtlichen Freund nehmen. Und dann ist, finde ich, wichtig, wie tritt man nach außen? Auf? Ja. Ich bringe heute meinen Freund Plus mit. Ja, naja, wirklich. Also es ist wirklich so, dass dann natürlich in dem ganzen Konstrukt, in dem man sich bewegt, in Familie, Freundschaft und das andere dann auch wissen, natürlich alle sich fragen, was ist das jetzt hier zwischen euch? Und es könnte sogar die ganze Dynamik in dem ganzen Freundeskreis verkomplizieren. Ja. Dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen. Aber also ich bin voll dafür. Bei mir hat es funktioniert, bei einer Beziehung, die ich geführt habe. Wie gesagt, die danach sich verwandelt hat, zumindest für drei Monate in der Freundschaft Plus. Und da habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, dass von beiden Seiten klar war, jo, es geht nur um Sex. Ob es davor auch geht, I don't know. Ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass es ein Gefälle gibt. Auf jeden Fall. Und warum führen Leute Freundschaft Plusen? Also A, weil sie wahrscheinlich Angst vor der Emotionalität haben oder keinen Bock auf die Emotionalität. Es könnte eine Art Beziehungsängstigkeit dahinter stecken. Und B, weil sie vielleicht auch einfach nur Lust haben auf den Komfort. Weil es gibt ja ganz viele angenehme Seiten, die auch mit einer Beziehung kommen. Aber ganz viele unangenehme Seiten nicht. Und die Frage ist immer, wie bringt mich das menschlich weiter, wenn ich quasi immer nur aus dem Fastfood-Regal der Beziehung lebe. Oh ja. Ja, aber das sagt der Richtige. Dirk 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 mit den besten Freundinnen.